Edgar Wolfram, Die Mauer, Geschichte einer Teilung Eine Mauer um Berlin zu bauen, um 16 Millionen Menschen einzusperren, diese Idee war ungeheuerlich. Wieso reagierten die Westmächte so lax, während die Deutschen geschockt waren? Warum rissen die Berliner die Mauer nicht ein? Was bedeutete die Einmauerung für das Leben in der DDR? Wer gewöhnte sich an die Mauer? Menschen, die von Deutschland nach Deutschland wollten, setzten ihr Leben aufs Spiel. Viele fluchten bislang, etliche glückten. Von West-Berlin aus licht die Mauer seit den 1980er Jahren einer knallbunt bemalten Leinwand. Doch im Osten wurde der Todesstreifen mit modernsten elektronischen Mitteln perfektioniert. 1989-90 kam das Ende der DDR als Mauerstaat. Warum fiel das unmenschliche Bauwerk so plötzlich und welche Rolle spielte Gorbatschow? Edgar Wolfram ist einer der besten Kenner der deutschen Nachkriegsgeschichte. Lebendig, spannend und mit dem Blick auf das Wesentliche beantwortet er diese Fragen und erzählt die staunenerregende Geschichte einer Teilung und Wiedervereinigung. Edgar Wolfram Die Mauer Geschichte einer Teilung